Ich komme aus Deutschland, das ist Jana, ich bin Xenia und das ist Penny. Ich komme aus Deutschland, das ist Penny. Ich komme aus Deutschland, das ist Penny. Ich komme aus Deutschland. Die Übung ist heute so gut gelaufen. Wir waren sehr zufrieden. Das Tanzen war heute schön, weil hier eine gute Atmosphäre ist in der Halle. Und außerdem das Element, was mir heute am besten gefallen hat, war der Wurfsalto.